was haben wir das ist nicht hier war ja nichts glaube ich einfach mit Problemsverletzten 4 das ist auch schon das dass man diese Hülle gesehen die hinter Häusern oder sowas sind in der Stadt der auch noch ja z.B. was sagen uns das zu sagen was soll denn sagen Arschloch da kommst nicht rein und so was da kommst nicht rein du Arschloch ein pokémon halt Arschloch was eine andere ist mein skype fett am Arsch oder oder generell skype oder richtig dein skype ist fett am Arsch skype ist halt okay jeder möchte skype haben nicht ich bin immer wieder am überlegen ob man auf TS Dingens wechseln soll, TS3 wechseln soll aber das ist bei der Aufnahme und so ein Lobob Kind plötzlich reinkommt dann hat man einen Zerr und ich glaube dafür müsste Geld zahlen und dann kommt ja das stimmt wir suchen sie man das und zwar hat und fallen auf der Sorte in diesem Raum und kaum der Privatfonds ist als ich verstehst was meinet ist so zuerst und so nicht so okay wenn du jetzt weißt was zuerst ist ja ich weißt was zuerst ist ich spreche nicht von Counter-Zeug dann weiß es nicht was zuerst ist was doch mal dann äh egal ja hm Counter-Zeugel-Kass nein eigentlich will ich es auch gar nicht wissen glaube ich das ist glaube ich nichts was ich was man wissen will naja auf jeden Fall hallo es kommt von mir ja kann auch anders schlimm sein hast du recht das ist gleich mal voll sich mich zu sehen stirb oh nein ich bin eine Hure und steh hier am Strich dann denn das ist schön dass du es ist ein Sachs Prozent hier ein Bruder Landstraße das Ding heißen das war immer noch nicht so wo die Scheißstraße sein sollen er hat das Leben verbraucht zu suchen Prozent nicht um also Prozent das ist ich weiß wo die ist die Verhältnisse die Berliner 5 Prozent Straß und ganz viele Wohnwagen sind wahrscheinlich das ist also also da wo Lukas wohnt nein das kann das hast du gerade nein die Wurzeltkampf hätte Teppich umstrichen das ist der Fall der Aladin und 1.000 aber er kann sich um den Mann weg so wie er kann fliegen und ganz viel Red Bull das ist nur so ich hätte betrunken was und deshalb sind er wohl nicht in deinem Mundschwunsch allein und warum sind da vier Trainer von mal. Alter, das dauert voll ewig, die zu töten, ohne zu skippen. Hallo. Also, dass das hieß, ich hab die Erlaubnis, äh, zu skippen, oder? Nein, hast du nicht, du Trolle. Ich hab keinen gehört, der das gesagt hat, und ich hab das auf Aufnahme. Was? Dass keiner gesagt hat, dass du skippen darfst. Ich dachte, skippen? Nein. Das ist schon geil, wenn ich nur so ein paar Worte Fetzen von dir mitbekomme. Ich kann schon das mal so denken, so du kannst sein, was mit skippen und dann hinterher noch so ein kleines, du darfst. Na, oh, ja, danke. Das gibt's auch mal direkt und Geht klar, du kannst mich am Arschlecken kannst. Jetzt hab ich am Arschlecken, kann nur so verstanden. Alkas, nein, ich kann dein Arschlecken, weil das nicht gesundheitlich ist. Und wie so ist und so, ne? Ich glaube, scheiße. Ich hab's zu schnell aufgepasst. Eieiei, nur ein Ding. Was das Lustige ist ja, dass man meine Stimme trotzdem gut verstehen wird. Und ich deine auch ganz gut verstehe. Das ist schon ein Wunder, weil ich hab's dabei gehabt. Ja, also, was man so unter gut verstehen versteht. Aber ernsthaft, bei mir liegst du wirklich. Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Okay. Ich scheine schon als Skippy irgendwie noch ne Kekker machen muss. Das ist so. Also, ob meine sind keine Ahnung, wenn das Windows Update wieder am Laufen ist. Ja, das ist auch so eine Sache. Da weiß man dann halt auch nicht so ganz genau, wie das da am Laufen ist. Zehn Jahre später. Du hast den benutztes oder explodiert? High Jump Kick und bam und tot. High Jump Kick? Mhm. Du stehst ein Hi, also Hi. Und ein Jump Kick. Also sag erstmal Hi zu dir, dann kriegst du voll in Fresse. Also Slime-Orquest Mook. Seem Slick Mook Mook Mookie. Was dann? Ah da kamst du ja dieses hessische... Alter, versteht das nicht? So. Windows Update, du hast dieses Stück Scheiße. Vier Stunden, man, kannst du lesen. So, erst noch die ganze Zeit zehn Minuten draus. Da drück ich immer an, dein PC ist behindert. Ja, und so wie du, ne? Das ergibt sogar Sinn. Ich bin oben. Scheiße. I jump kick in your face. Und tot. Ist das ein Effekt, lol? Stimmt, ist der Boden jetzt. Und das ist sehr effektiv. Und in your face. Und tot. Ich kann vorbei. Ich bin sicher, dass du nicht am Skippen bist, Bockkind. Ich mal gucken. Ja, Level 5 ist mein schlechtes Pokémon. Das hab ich auch gerade genau gefragt. So krass kann ich eigentlich gar nicht lecken. Hm? So krass kann ich eigentlich gar nicht lecken. Ja, eigentlich nicht so, Andy. Tentapole. Ansonsten... Trali, 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 Trali. Das auch? Na, Toki, Trink gleich anderbar. Ah, wird das schön. Das ist eine eigene Mini-Bar hier in meinem Zimmer. Hm. Mit ganz viel Babybrei für dich. Nein. Nein. Ich hab noch von letztem Mal so viel gelegen und darf das alles nicht trinken. Traurig aber auch. Ach so, mir aus. Ich hab grad gedacht, jetzt kommt mir ein Mewtwo in die Fresse, aber nein, das war nur ein Mautzy. So, ich hab jetzt grad von deinem Katzen. Ja, oh, Mautzy und kaputtgetreten. Ja, das heißt nicht. Ich hab's heute die Scheiß nach, was hat wieder gemacht. Und nee, die war, also, ich hab's nicht kaputtgetreten. Äh, die war, irgendwie, hat sich irgendwo da so verschlägt im Busch, als ich grad so ein Regal mit meinem Vater getragen hab. Weil, irgendwie ist die die ganze Zeit hier und her da rausgerannt und hat mich irgendwie so angefangen und sie hier reingerannt. Und die kam. Ich hab dich grad so hasst, eventuell. Hm, die Katze weiß, dass ich cool bin. Weil mit mir irgendwas spielen. Verstecken oder so. Nee. Ja. Ah, die Katze ist cool. Irgendwie, ich hab das ganze Spiel keinen Sinn. In diesen Bergen hinkt manchmal Wasser drüben, auch wo auch immer. Ach ne, macht das keinen Sinn. Komm mal, Explosion. Hyper-Potion. Wenn jetzt Explosion kommen, ah ne, kann man gar nicht. Was wird Hyper-Potion? Der hat hier grade Hyper-Potion benutzt. Ich dachte grad jetzt Hyper-Potion und jetzt Explosion. Ähm, Carriage-Shop. Ja, da kommt Explosion. Ich nochmal voll paralysiert. Die, 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 die. Oh ne, weh, shit. Diese KI. So gut. Golem. 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 Da bist du schon. Hm. Alter, du bist du... Du bist ja auch da grade. So, ne? Du bist ja so hundert Prozent am... Dauerskippen. Du lässt du überhaupt die Taste nochmal los? Was ist denn der? Ich klammer mich immer und alles. Ich bin Klammerkind. Wiesing. Was? Was ist Morgan? Heiß Weising? Ja, jetzt mag man. Das mag man. So gerne an. So, ne, hau. Das ist ein hässlicher Bauer. Alles, alles. Z. 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 hast wie ich dann hast du automatisch verloren am Arsch ich habe gehört wie die meisten Spielstunden hat das kann sich mal ganz schön dann heißt das wäre ja am Längen länger wie es gibt dass du drücken kannst ja das schaffe ich ich lasse meinen Computer 24 Stunden laufen und sagt man kein Schuss, sie soll bitte auf den Knopf drücken da hört sich ich bin nicht so kippt war das Expo-Kunixer auch Gott ich habe auch gesehen Kinder sind immer noch cool aus Kiener ist auch generell cool Prozent warum hast du nicht von der Städte Schubel das denke ich mir auch gerade die Art der Knie ist am Arsch Kiener weg ja ich habe jetzt nochmal Text genießt weil ich einfach gut bin jetzt kommt Rapidash naja bonitorisch Wuchtel, Schlampe und High Jump Kick und tot auf welchem Level lernt ihr das? ähm gute Frage ich glaube 45, 46 irgendwie sowas war das ich bin jetzt 48 ich bin jetzt 48 davor bin ich 47 geworden also 645 ich bin jetzt 48 davor bin ich 47 geworden ich bin jetzt 48 davor bin ich 47 geworden was? na ok ja ich bin gut und nicht du kannst auch nicht rechnen du kannst auch nicht rechnen ich bin 49 toll ne nach 48 49, 49, was was so was? hm 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 hamster Autorger hm hm ich mal kam es so ich bin 46 und ich hab High Jump Kick Tja ich bin halt ok und so vorerstes Pokémon und du bist ah fast weg Wurzungsvergiftet Ich bin auch vergiftet, ich weiß auch nicht genau, ja Hä, Lukas als muss man skippen, weil es ja Vogel So, und nach Der letzte Gegner schafft auch noch und danach kann zu sterben It's not very effective So, auch besiegt und Hä, welcher letzte Gegner war immer noch? Ja, da war doch so ein Ding, ich weiß nicht, was das letzte Pokémon war Ach so, das letzte Pokémon Ja, ich dachte, da wäre noch ein Trainer drin Weil das war ja jetzt eigentlich der letzte vor dem Da kommt ja dieser heißliche Tunnel und Ja, Rückdrehung Ah, schön, doch vollgetan, Fugen Hm, das gefällt, okay Okay, da laufe ich dort lang Und mit mir das, das ist so gut Alter, was soll denn das erzähl ich schon wieder für den Für den Quatsch mit dem Labyrinth hier Na, müssen wir aufpassen, was man muss Ja, dass man da nichts gibt Bist du da etwa zu weit gelaufen? Ne, zu etwa? Du bist aber rumgelaufen Boah, diese Farben, alter Die Farben sind krass, ha Wo ist denn hier das verfluchte Scheiß-Poket Center? Lya, aiya, aiyaa, aiyaa, ahna Ich habe gehört, du bist behindert Ja, du Weißt du, das versteht er dann aber ganz genau ich muss zu legen ja ja ich kenne ich nicht zurückbeleidigend ich weiß wie du mich beleidigt hast ha ha einfach mal sagen ja du kannst mich schwulen das ist wichtig sagen muss ja wenn man so drauf hat wo er muss das prozent da unten wenn ich am Anfang gefugen vorbeigelaufen das ist so schön stimmig oder bei den jahres 1 sie für die jahres auf jeden Fall Kamloch ob es ihnen sind diesen Trainer n reichlich mit einem Punkt und alles kaputt haben wobei jetzt passiert ich bin zwar wie sie hat vertreten hat so trägt durch die e mir hat er in der Stau Schuss auf Blutdruck muss abkommen Prozent richtig guter Blutdruck und so er hat es auch jetzt politisiert als auch die er gibt noch ein Arschkopf nicht ab noch ein paar schon das weg auch Baby